Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Patch-Update-Video in F121. Heute geht es nach Patch 1.05 und 1.06 um den nächsten großen Patch im neuen Spiel, denn der Patch 1.07 ist für die Playstation 4, Playstation 5, PC und dieses Mal auch für die Xbox veröffentlicht worden. Welche Fehler behoben worden sind, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Der Patch hat eine Größe von 1,1 Gigabyte und insgesamt 30 Punkte wurden mit diesem Patch behoben. Das ist speichertechnisch bisher der größte Patch, der veröffentlicht wurde, denn die vorherigen Patches hatten 513 und 352 Megabyte. Wie auch beim letzten Mal könnt ihr mir gerne eure Bugs in die Kommentare schreiben und wer das letzte Patch-Video verpasst hat, kein Problem, guckt mal oben rechts. Wer keine Videos zu Patches, Karriere oder andere Formel 1 Videos verpassen möchte, sollte diesen Kanal abonnieren, das würde mich freuen. Der Link zu den Patch-Notes befindet sich in der Videobeschreibung. Beginnen wir als erstes mit den Konsolen, denn es gab in der Vergangenheit ein Fehler mit der Bezeichnung WS1004, was bedeutete, dass Xbox-Spiele an einer Online-Session nicht daran teilnehmen konnten. Im vergangenen Video hatte ich euch erklärt, dass die 3D-Audio für Playstation 5-Heads deaktiviert wurde. Das wurde jetzt wieder aktiviert und das zugehörige Problem wurde behoben. Gehen wir in die Allgemein-Updates, denn die KI wird das Safety Car nicht mehr überholen, wenn die Safety Car-Phase zu Ende ist und die Kollisionseinstellung bleibt jetzt, wenn sie zwischen den Sessions geändert wird. Ein Problem beim ERS wurde behoben, bei dem die Einsatzeinstellung To-Do angezeigt werden konnte. Ansonsten wurde wieder die Möglichkeit zum Ausblenden des Menüs beim Anpassen der Kameraeinstellung hinzugefügt. Als nächstes zum Multiplayer-Modus. Es wurde ein Problem behoben, wo Spiele auf gewissen Strecken beim Start eine Runde voraus waren. Im Social Play wurde die Option sehr kurz hinzugefügt. On-Demand-Ligen können jetzt den KI-Ersatz deaktivieren. Springen wir in die Karriere. Dort kam es zu Problemen, dass der Sponsor Distort den Bonus nicht korrekt ausgezahlt hat, nachdem der Fahrer das Ziel erreicht hatte. Auch die Fahrernamenfilter wurden für die Karriere aktualisiert. Ein weiteres Problem gehört der Vergangenheit an, denn das Schließen des Spiels während des Saisonübergangs in der Meitim-Karriere führt nicht mehr dazu, dass der Benutzer keinen Teamnamen, Motorlieferanten oder Sponsor hat. Des Weiteren wurde ein Problem behoben, bei dem die Spieler negative Ressourcenpunkte haben konnten. In der Fahrerstatistik kam es vor, dass die Werte auf die Basiswerte zurückgesetzt wurden und Upgrades ausgeschlossen sind. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Kommen wir zum Bereich Grafik. Der Halo des Fahrzeugs hat nun keine niedrige Schattenauflösung mehr und es gibt jetzt Qualitätsoptionen und Schärferegler für das DLSS. Bei Meet-the-Press-Sequenzen wurde ein Problem mit gesättigten Zeichen im Hintergrund bei aktiviertem HDR gefixt. Das Ansehen von Highlights oder einer Wiederholung nach einem Rennen führt nicht mehr dazu, dass sich die Spielauflösung auf ultrabreiten Monitoren ändert. Im Bereich Audio wurde ein Problem behoben, bei dem der Ton während einer längeren Spielzeit ausfallen konnte und der Ton für das DLSS wurde erhöht. Im Bereich der Steuerung gibt es Neuigkeiten für Besitzer von Fanatec Linkrädern, denn die oberen Paddle des Fanatec Advanced Paddle Moduls werden jetzt korrekt erkannt. Ab zur Telemetrie, denn da gibt es vier UDP-Updates. M-Result Status wird nach Rennende nicht mehr als aktiv angezeigt, die korrekte Rundenanzahl wird jetzt in der Endwertung angezeigt, Informationen zum Sessionverlauf der vorherigen Session werden nach einem Neustart nicht mehr gesendet und Lab History Data werden bei einem aktiven Auto nach einem Ausscheiden korrekt gesendet. Im Story-Modus kommt es zu einer Balance bei gleich zwei Schwierigkeitsgraden, die Kapitel 3, 5, 9 und 12 in herausfordernd und die Kapitel 3, 5 und 12 in schwer. In der Formel 2 kam es vor, dass Positionen eines Rennens nach einem Zeitlimit von einer Stunde fehlerhaft vergeben wurden. Das wurde gefixt. Last but not least gibt es noch allgemeine Stabilitätsverbesserungen sowie verschiedene kleinere Fehlerbehebungen. Das sind alle Verbesserungen, die ich für euch übersetzen konnte und ich hoffe, dieses kurze Video konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so sein sollte, lasst mir ein Like da und in diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Video und ciao!